Wir schreiben den 25.4.1026 nach Bosporans Fall. Unser Abenteuer beginnt im Herzen des Kontinents. Gareth, Hauptstadt des Reiches. Die Helden rund um Jalan Schnattermund haben sich erholt. Einige sind auf dem Weg gefallen, wurden von den Göttern oder Erzdämonen an ihre Tafeln geholt. Andere wiederum stiegen auf und bewiesen ihre wahre Größe. Eine Arche wurde besiegt, das erste Mal, dass ein Gegner dieser Klasse nicht nur vernichtet, sondern auch das Wesen des Schiffes erforscht. Die blutige See ist weiterhin ungebrochen stark. Viel ist in den zehn Monaten passiert. Die Orks sind ins Mittelreich eingefallen, plündern und brandschatzen. Königin Emanie Benain kämpft verbittert gegen die Streitmächte des Eikha Brasorak. Der bintere Winter sorgt für eine kleine Ruhephase des vierten Orkensturms. Und wir beginnen unsere Reise bei Jalan und einer kleinen Gruppe. Ömer Ibn Hamil und Ragnar Drachentöter sind ebenso an seiner Seite, während sie gerade in der östlichen Region von Garret einreiten. Auf der rechten Seite von euch könnt ihr noch die paar Elfendörfer erkennen, die sich hier gebildet haben vor einiger Zeit. Die Häuser werden mehr und mehr. Und ihr könnt für euch die riesigen Stadttore aufragen sehen, die in einiger Entfernung dann auf euch warten. Jalan sitzt auf dem Pferd in einem roten Wollumhang gewickelt, den er gerade ein wenig fester an sich zieht. Und versucht die Kälte ein wenig draußen zu halten. Und das Pferd Bisphrabul, wie er es nennt, ist pechschwarz und wurde damals aus Maraskan gestohlen. Und läuft jetzt mit einer zusammengefalteten Satteldecke hin und drüber vor den anderen beiden her. Reibt sich noch einmal die schwarze Hand, deren Verfärbung immer noch nicht so wirklich nachgelassen hat, und blickt zu seinen Kameraden hinunter. Ja, Ragnar Drachentöter. Urilsson, Karakil Schlechter, der Held der 100 Geschichten, hat sich inzwischen ein sagenhaftes Kettenhemd gekauft. Und neben sich laufen zwei Esel her. Der eine schwer bepackt, der andere ein wenig dümmlich grinsend, scheint ohne weitere Last zu sein. In Ragnars Händen zieht er ein seltsames Konstrukt, das ein wenig aussieht wie ein Boot mit zusammengeklappten Segeln, wo der Mast und der Holzstamm, der den Mast trägt, ne, warte, der Mast ist ja Holzstamm, oder? Auf jeden Fall ist dieser zusammengeklappt in diesem kleinen Schiff, das von vier Rädern gezogen wird. Und, ja, der andere Esel, Meister Vielfraß, sieht sehr schwer beladen aus, sieht damit allerdings nicht sehr glücklich aus und scheint auch immer wieder Ragnar finster zu mustern. Ja, Uemar hat eine der Schweißperlen auf der Stirn von dem schweren Rucksack, den er trägt, und hat eine komplett schwarze Ledermontur mittlerweile an und kommt eher rüber wie ein Söldner, denn ein Bettler wie damals. So eine Kleidung hat sich dementsprechend angepasst, ist aber noch immer ziemlich abgerissen, ja, wie ein abgerissener Söldner eben. Den Bogen über dem Rücken, aber die Sehne in einem Döschen verwahrt. Das heißt, der Bogen ist gar nicht kampfbereit. Ja, und während ihr auf die, ja, immer größer und größer werdende Stadt zugeht, reitet, marschiert, ähm, geht ihr noch einem Kopf vor allem mal die vergangene Zeit nach, was euch so, ja, passiert ist in diesen zehn Monaten? Äh, woher? Ja, Uemar? Äh, wollen wir da jetzt rein, in die große Stadt Garret? Natürlich werden wir in die Stadt einreiten. Wir werden wohl kaum vor der Mauer bleiben. Ähm, also ich werde bestimmt nicht alle meine Sachen, die ich dabei habe, verzollen. Äh, ich wollte meine Sachen auch nicht verzollen, woher? Dann müsst ihr sie wohl draußen lagern. Hm. Ragnar, dann kommst du doch von hier. Ja, ich stimme hier aus wie meine Westentasche. Da hinten wohnt der alte Aldrich zum Beispiel. Und hier, wenn wir da durchgehen, und dann hier links, da ist dann zum Beispiel eine Taverne. Aber ehrlich gesagt, ähm, der alte Tom mag mich nicht sonderlich gerne. Nun findet heraus, wo ihr eure Sachen unterstellen könnt, wenn ihr sie nicht in die Stadt schleifen wollt. Ja, das wird kein Problem sein. Ich würde gerne zur Abendmesser noch in den Pragerstempel kommen. Also ein wenig Bewegung. Ja, dann würde Ragnar den Weg anleiten und eine der etwas Größeren immer noch relativ, ja, nicht unbedingt wirklich mit Steinen verzierten, sondern er wahrscheinlich eher solchen Feldwegen mit seinem komischen Gefährt dort hin und her zuckeln. Was wahrscheinlich, ähm, ja, die Reise mehr oder weniger, ja, nicht so gut übersteht. Ragnar murmelt irgendwas davon, dass er das wahrscheinlich reparieren muss, wenn er dann da in der Taverne angekommen ist und läuft durch Mailersgrund. Und, ja, würde er auf dem Weg irgendwo eine Taverne suchen. Möchte Jalan folgen? Ich möchte ihm folgen, einfach nur, um bei ihm zu bleiben. Mich unterdessen immer mal wieder nach links und rechts durch die Häuserschluchten umblicken und darüber fluchen, dass ich schon wieder keine Ahnung habe, wo wir sind. Ja, Ragnar verlässt die geflasterte Straße, biegt noch lange vor dem großen Stadttor ab, was dann nur noch in, ja, Matschwegen mündet, die dann teilweise angeschmolzenen Schnee haben. Und, ja, die Häuser werden schäbiger, Bruchbuden, die dann hier hochwachsen vor dir aufragen, kannst du noch einige, ja, Steine erkennen, die wohl nur noch Ruinen sind, auf denen Krähen sitzen, unzählig viele Krähen, die dann teilweise auch umherflattern. Ein sehr ungutes, schauriges Bild, so hier direkt vor der riesigen Stadt, was auch immer diese Ruine hier zu tun hat. Das ist aber ein schönes und teures Pferdchen, was ihr da habt, hoher her. Sagt man so, wenn es mal durch Ruinen tapert. Das haben wir bis jetzt gute Dienste geleistet. Ja, ja, dann, du kannst erkennen, wie wohl drei, vier Kinder sich dort gerade versammeln und, äh, ehe du dich versiehst, äh, sie zeigen, wo du auf dich, deuten auf dich, auf dein Pferd, auf deine Rüstung, und da fliegen die ersten Schneebälle an. Schneebälle? Ja. Ich hebe erstmal abwehrend die Hände, versuche die abzufangen. Was soll das denn? Kannst gerne versuchen, äh, eine Ausweichenprobe zu machen, aber du kannst Fernkampfwaffen, äh, leider nicht abwehren, wenn du, ja, mit Raufen ringt, wird das nicht klappen. Gut, dann, äh, versuche ich einfach mal, was ist ein vierer Leichtort, denn ich trage ja derzeit keine Rüstung. Das ist um vierer Schwert, weil Wurfe von innerer Schwert sind um vier. Stimmt. Ähm, wenn es ein vierer Schwert ist, glaube ich, ist dann nicht geschafft. Ja, die Schneebälle treffen dich, äh, dein gutes Wappenzeug, äh, und teilweise auch dein Gesicht. Du kannst auch bemerken, dass da wohl einige Steine mit, äh, reingeknetet worden sind. Ich versuche erstmal, mich da ein wenig von wegzudrehen. Welche Lausbuben verdirbt man entweder, oder man gibt ihnen ein wenig Geld, damit sie woanders hingehen und sich vielleicht ein paar Süßgebäcke kaufen können. Ja, ach, nein! Ich lasse mich dann vom Pferd fallen auf der anderen Seite. Und renne auf die Mistkinder zu. Na wartet, euch packe ich! Ja, die laufen erstmal weg, äh, um drei, vier Häuser-Ecken. Möchtest du hinterher? Ömer gibt dem Pferd einen Schlag auf den Hintern. Nicht weiter als, nicht weiter als eine Ecke, denn ich weiß ganz genau, dass ich mich hier nicht auskenne und dann, äh, Rangler verliere und hier nicht wieder rauskomme. Ja, dann, äh, dann würfel mal eine Loyalitätsprobe. Kannst du haben. Geht gegen die 19, erst geschafft. Gegen die 19? Kriegst Pferde, kriegen plus Loyalität in der Ausbildung. Gut, passt also. Ausbilden lassen das nicht selber, aber. Ja, natürlich. Dann, äh, tritt das Pferd jetzt aus. Ömer, mach mal eine Auswahl-Eckenprobe. Das wäre es besser, wenn die gelegt. Ich glaube, das ist mein Glück, dass der nachwürfeln darf, denn das H wird, äh, schwer sein. Wird zerschwert. Oho. Glück ist da. Oho. Äh, Jalan, hast du den Schaden vom Austritt? Äh, ja, das sind zwei, vier, sechs, plus fünf. Aua. Weil Kriegsbärde da plus drei Schaden bekommen. Jungs, was passiert denn hier in den ersten fünf Minuten? Es ist im Übrigen auch ein Angriff zum Linawerfen, aber das ist, glaube ich, nicht wichtig. Das sollte, glaube ich, klar sein. Fällt Ömer in den Matsch. Darfst du es gerne selber auswürfeln. Ich meine, also, Jalan, du hast den Schaden bei dir, dann würfel du bitte den Schaden. Nur neun. In den Bauch. Ist das eine Wunde? Muss ich es gerade mal schauen. Ich habe ja zwei Punkte Rüstung jetzt am Bauch, dann kriege ich sieben. Ja, das ist genau eine Wunde. Dann kriegst du einen W6-Zusatz. Oh Mann. Wenn ich, wenn ich Bissfrabole hinter mir Viren höre, drehe ich mich dann noch und lasse von den Kindern ab, drehe mich hier oben, betrachte mir das ersten ab, Bissfrabole. Verdammt noch eins. Du kannst erkennen, wie wohl gerade drei, vier abgerissene Gestalten auf dich zukommen und dann die Hände ausstrecken. Sie sind kalt, keine Handschuhe, die sie tragen, frieren bitterlich, reiben sich über ihren eigenen Körper und gehen auf dich zu. Oh Herr, Oh Herr, eine milde Spende. Ihr seht sehr reich aus, sehr wohlhabend. Ihr seid ein guter Mann. Ein guter Hoher Herr. Überliegt auf dem Boden. Oh, oh, oh. Er hat einfach ausgetreten. Ich glaube, die Steine haben ihn, oh, oh, oh. Ja, geht da mal hin und besitzt sich Ömer, der da gerade am Boden liegt und sich verschmerzt krümmt. Äh. Also zur Taverne ist es nicht mehr weit. Schafft ihr das? Ja, ja, ja. Ömer richtet sich auf, denn der Ferdetritt hat ihn auf jeden Fall niedergeworfen und hält sich sozusagen den Unterleib. Ah, ah, hm. Ich werfe den den Bettler in ein paar Heller hin, sagen wir mal so, vier Stück. Und ich fühle mich dann... Ja, die werden sich auf alle Fälle abknien und du kannst auch erkennen, wie dann wohl zwei, drei Bettler aus anderen Ecken kommen, die vorher noch gar nicht zu sehen waren. Ich würde mich dann trotzdem da erstmal zu immer durch und fluche, während das noch ein Pferd an. Blutgieriges Messie, verdammt noch eins. Wir haben das doch geübt. Das ist schon okay, hoher, ja. Das waren bestimmt die Kindersteine, die das Pferd provoziert haben. Ich stand nur ungünstig. Ja, dann, ein weiterer Schneeball trifft dich am Kopf. Ragnar, bring uns hier raus. Ich stiere nochmal über meine Schulter zu dem Werfer. Kriegst einen Schatzpunkt. Ja, dann vielleicht solltest du schon in die Stadt reiten. Dort ist da jetzt höhere Etablissement vertreten. Obwohl, ich weiß nicht, wie gut du dich in Gareth zurechtfinden wirst. Komm lieber mit und versuche es auszuhalten. Ja, ich würde den Kindern dann irgendwie so drei, vier Heller geben und sagen, hier Kinder, beruhigt euch. Kauft euch was Schönes davon. Ich fange an, meinen Helm aufzuziehen. Es war saumäßig kalt um die Jahreszeit, aber besser als die Steine reinzufangen. Ja, du merkst wohl auch, wo ist dein Helm? Am Sattel. Am Sattel. Ja, der wird dir wohl gerade von einem Flüchtling angereicht. Hier, hier ist euer Helm. Und der hält dann seine Hand auf nach dem Motto, ja, das ist eine Zusatzleistung, die darf gerne bezahlt werden. Danke, ich gebe Ihnen zwei Kreuze. Ja, es kommen weitere Bettler auf dich zu. Ragnar, wir sehen uns in der Stadt. Ich lasse den Gaule einmal kreiseln und nehme den Weg zurück, den wir gekommen sind. Gassenwissen. Fremde Stadt, das Schwert um fünf. Ja, gehen wir ein Sekündchen, ich finde es gerade nicht. Kein Problem, lasst ihr alle Zeit der Welt. Wegen derweil in den Süden der Stadt. Dort geht gerade der gute Magier Adeptus Major Abelmir Jamorenes seinen Weg und auch er hat seinen Weg in die Stadt Garet gefunden. Die Waffe, die wohl Thorneisinger für ihn und seine Kameraden gespiedet hat, soll wohl fertig sein. Das ist der Grund, warum ihr hier seid, wo auch immer dieser Thorneisinger sitzt. Aber du freust dich zumindest schon wieder deine Kameraden zu sehen. Mit dir dabei einige andere Händler, die dich wohl begleiten. Die Reichstraße ist groß und ja. Wie siehst du aus? Was hast du das Jahr über gemacht? Ich habe mich verbessert, behaupte ich. Ich nähere mich inzwischen eher dem Kodex Albyricus an und trage standesgemäße Robe, wie es sich gehört, für einen Magier meiner Zunft und ja. Und schreite wohlgemutet und froh und fromm die Straßen Richtung Gart hinunter. Ich freue mich am Leben. Es war schwer genug, die Vergangenheit und bin froh wieder in eine etwas größere Stadt zu kommen. Purnines war sehr vertraut und groß und wohlgeleert aber doch etwas provinziell für mich. Bei Gareth weißt du wenigstens, wofür du kämpfst. Zu deiner Linken kannst du die finstere Dämonenbrache aufregen sehen, die hier wohl schon seit 1500 Jahren Bestand hat. Niemand konnte sie bisher reinigen. Die Bäume, die Schatten, die dort nach oben wachsen, keinen wirklichen Blick zulassen auf das, was sich dort verbirgt. Einige finstere Magier, die sich dort drin verbergen und einige sehr helle Magier, die dort jagen gehen. Das ist allerdings noch etwas für die Elite, der Elite, die Pfeile des Lichts. Du kannst einige Ruinen nach oben ragen, sehen in den Himmel, die Wintersonne, die hier ja gerade aufgeht, einige weitere schwarze Schwaden, Rauch, irgendwas brennt dort wohl. Dann siehst du die hohen Türme von Garath vor dir, die güldenen Koppenbill, den leisen Lärm, der dich empfängt und immer etwas ja lauter wird, während du weiter vorangehst, neben dir die anderen Händler kannst einige windschiefe Fachwerkhäuser erkennen, klappige Bretterbuden, verfallene Steingebäude. Überfüllte Mietskasernen beherrschen hier die dunklen Gassen. Je weiter du nach Norden gehst, auf der breiten Reichstraße, desto größer und offenbarer wird das Elend. Es stinkt widerwärtig, erbärmlich, schmuddelige Garküchen, die hier an offener Stelle direkt auf der Reichstraße aufgebaut sind, teilweise den Weg verstärmen, versperren, sodass auch die Händler hier mit ihren Karren sich vorbeipürschen müssen, während du da als Spaziergänger nur mit deinen Reiseutensilien vorbeigehen kannst, einige Leute, die mit billigem Fusel auf dich zukommen, einige Sickergruben, die hier einfach in die Reichstraße reingegraben worden sind, gefüllt mit Fäkalien, Ausscheidung von Mensch und Tier, einige Tagelöhner, die in Schweiß gebadet auf dich zukommen, stinken, einige Handwerker. Und dann treten aus einer Gasse vier Personen auf dich zu, versperren dir jetzt diesmal wirklich den Weg. Der eine ist wohl ziemlich groß, scheint ein Trollzacker zu sein, der andere Narbenverseer hat ein blindes Auge, allesamt gestandene Söldner, Krieger. Ah, ein Magier. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für euch tun, meine Freunde? Stadtwache, ihr betretet gerade die großartige Stadt Garret. Herzlich willkommen. Ihr seht nicht aus wie Stadtgarde. Ja, aber das ist nicht dein Problem. Hast du was zu verzollen? Viel, aber nichts für euch. Ja, aber wir sind die Stadtwache und wir gucken uns jetzt deinen Rucksack an. Das bezweifle ich. Ja, gut. Kannst du auch weiter tun, aber du gibst mir jetzt deinen Rucksack. Du merkst glaube ich wohl zwei der beiden oder der vier gehen jetzt so ein bisschen einer links der andere rechts rum. Ich murmel vor mich hin. Was murmelst du? Ich murmel. Okay. Ja, sie verschwinden jetzt auf der einen Seite und sind jetzt beide nicht mehr in deinem Blickfeld. Du hörst aber Schritte. Kommen weiter auf dich zu. Zwei sind noch vor mir, richtig? Zwei sind vor dir, versperren dir den Weg und die anderen beiden eine links, eine rechts. Corpo Fesso. Corpo Fesso. Du hast gemurmelt und nicht laut ausgesprochen. Jetzt sage ich es laut, oder? Ja, aber wie gesagt. Ich muss den letzten Teil laut aussprechen, oder? Nein, alles. Alles? Okay. Ja, Sprache wichtig, kriegt eine 3er Schwernis von mir. Zauberdauer. Siebener Erschwernis laut Beringwerk. Zauberdauer, Meshpomo, halbierte Zauberdauer und dann brauche ich noch insgesamt drei Aktionen. Drei Aktionen? Drei Aktionen schenke ich dir, alles klar, dann Würfel. Ist es eine Plusattacke? Ne, ich würde mal Corpo Fesso sagst du Schluss. Äh, Müsste eine Plussechs sein insgesamt. Äh, da. Gut, keiner Schwernis eingetragen. Ja, wusste nicht wie viel, deswegen. Genau, weil du gemurmelt hast, da fragte ich eben vorher nach und du merkst wohl, wie dir die Matrix zwischen den Händen entgleitet und dann bekommst du irgendwas heißes, widerliches, schmerzendes in die Rippen. merkst wohl auch, wie die Kraft aus deinem Körper weicht. Ach, drehe mich so halb um nach dem Schmerz aus der Richtung, dass der Schmerz kommt. Ja, irgendwas widerliches wird aus deiner Rippe rausgerissen und du merkst wohl, ja, du kommst auf alles schon, du hast keine Rüstung, ne? Ich konnte mal Lederrüstung unter dem, unter dem, 7TP Nagelkeule. Okay. Dann drehst du dich in die eine Richtung rum, von der du eben angegriffen wurdest. Dann kommt der nächste Schlag von hinten, weil du dich gerade umgedreht hast. In den Brücken. Ja, das kriegt er hin. Ist nur ein Schlagring. Sind nur 6 SP. Beziehungsweise, äh, TP. Also, volle TP, keine TPA, weil es ein Schlagring ist. Und die anderen kommen auch auf dich zu. Sind auch nochmal 2 W6. Sind auch nochmal 9. Okay. Sind jetzt Schadenspunkte oder Ausdauerpunkte? Äh, das sind Schadenspunkte. Also, äh, Trefferpunkte. Keine Trefferpunkte Ausdauer, sondern Trefferpunkte. Kannst du deine Rüstung von abziehen? Okay. Äh, müsste ich wissen, wo sie hinschlagen. In diesem Fall, ja. Äh, das ist einmal 6 und einmal 3. Hast du eine 6er Wunschwelle? Achso, wegen, wegen deiner Rüstung meinst du? Ja, genau. Dann gebe ich dir 1, 2, 3. Oh Gott, da dauert es ein bisschen länger, dann auszurechnen. Kopf. Das ist aber egal, weil es nur 119 ist. Also, vorher waren es 6. 6, 9 und... Was war denn noch hier in Schadenspunkte? Äh, 6, 3 und 6. Okay. Also, es waren 2 Angriffe, die dann kamen. Okay, also, Bein hat gar nichts, irgendwie. Äh, nö. Da war kein Rausschuss. 6, 3 und 6 und 12, richtig. Da kommt der. Ja, und während Torgosch, Sohn des Xolmasch, gerade auf der Straße in Richtung Norden ist, äh, neben dir dein guter Freund Igna, Sohn des Artogosch, ähm, ihr habt ein bisschen euch unterhalten, habt ein paar Händler neben euch gelassen, äh, grummelnd, brummelnd, die Menschenstädter sind alle überirdisch gebaut, warum hast du nicht genau verstanden? Ähm, ja, kannst du erkennen, wie wohl, ja, vor dir gerade eine weiß gewanderte Gestalt mit einem Zaubererhut auf dem Kopf, äh, ja, wohl übel angegriffen wird. Torgosch, Sohn des Xolmasch, ist seines Zeichens stolzer Krieger der Schule des Drachenkampfs zu Xolosh. Er trägt ein, ist relativ schwer gerüstet, sein bemerkendes Merkmal ist auf jeden Fall sein Wurmspieß, den er in der Hand hat, da er länger ist als er selbst, 1,80 Meter sogar lang, und er redet gerade mit Igna darüber, dass er, über seine erfolglose Drachen geagt. Ach, verdammt, ich hatte solche großen Hoffnungen diesmal und wieder nichts. Die wissen einfach nicht, was die, was das denn? Oh, ich steh's. Igna, komm mal mit, gucken, ob die sich auch mit wirklichen Kämpfern schlagen. Schauen wir mal. Hey, ihr, Menschlinge. Ja, dann meiner. Willst du hier mal interessant endlich in dieser miesen Stadt? Oh, ihr wollt auch noch was? Oh, hat schon angefangen. Ja, du siehst wohl, wie sie sich jetzt umdrehen, der Magier gerade vielleicht, am Boden liegend auf die Knie zusammengebrochen, mehrere Schläge, die er kassiert hat, blutendes Gesicht, aufgerissenere Seite. Drehen sie sich jetzt um, alle mit blutigen Schlagringen, blutige Nagelkeule, gehen sie jetzt auf euch beide zu. Ich möchte den mit der blutigen Nagelkeule angreifen. Okay. Ich mach ne Vierer Finte auf den. Vierer Finte. Gelegt. Vierer Finte, dann versuch der mal abzuwehren. Das schafft er nicht. Ja. Äh, warte. Der Schaden auf die Vier. Das müsste, glaub ich, Bein sein. Ja, beschreib die Situation. Ja, als die Männer dann bedrohlich auf mich zukommen, dicke ich noch einmal Liegner zu und dann kommt ein überraschend schneller Stoß nach vorne, nachdem der Wurmschieß in Richtung Boden gehalten wurde. Und der Mann mit der Nagelkeule, ich weiß nicht, ob er zu Boden geht. Ähm, schauen wir uns gerade mal an. Aber der trägt auf jeden Fall erstmal ne fiese Wunde davon. Ja, er bleibt stehen. Und, äh, ja, jetzt merkst du auch wie eins, zwei, zumindest die ersten zwei. Der mit der Nagelkeule schlägt auch einmal zu. Ja, das hat der eben nicht pariert. Und einmal Schlagring, der muss allerdings dann auch die Distanzklasse unterlaufen. Das ist der erste, die Nagelkeule trifft nicht. Und, äh, der andere mit dem Schlagring würde sich jetzt gerne an dir vorbeimogeln und steht jetzt auf alle Fälle schon mal in H. Kann ich das abwehren? Nein, ne? Du kannst das jetzt versuchen zu parieren, ja. Ja, dann probiere ich das natürlich. Initiative habe ich jetzt nicht ausgewürfelt, aber ich vermute, du wirst eine höhere haben als irgendwelche Straßenschläger. So hoffen. Dann ist das pariert, gut. Mal planen weiter, erstmal den mit der Nagelkeule ausscheiden. Der scheint mir am gefährlichsten. Ach, ich habe den vierer finden. Mich ja zwischendurch erheben wieder, oder? Ja, wenn du möchtest, kannst du auch, äh... Dann würde ich mich erheben und, äh, probiere meinen Flammenschwert zu zünden. Wie lange dauert das? Eine Aktion? Eine Aktion, genau. Eine Aktion, dann ein Ritual, kennst du es? Ich bin gerade zu wöbeln, ich ziehe gerade nicht, aber wie. Ähm... Ritual, oder? Bei Wert 11, ne? Doppelklicken, oder? Bin mir nicht ganz sicher, kann auch sein... Du musst es richtig selber an der Hand eingetragen haben, die Rituale. Ja, hast du ja auch. Ich weiß gar nicht, sonst geht man bei Talente auf Sonstiges. Da könnte sein, dass da eine Ritualkenntnis drin steht. Achso, okay, sorry. Okay, jetzt, jetzt. Ja, es kann wirklich sein, dass es sonst nicht würfelbar ist. Ist das das Schwert, oder ist es durchgekommen? Nö, normal. Aber zwei ist nicht viel. Gut, dann brennt jetzt dein Schwert. Torgosch, hast du Nachteile? Äh, gegen Magier, meinst du? Ja. Äh, ich bin kein Fett vor Magiern, aber ich habe jetzt wieder Axt vor Magiern, noch sonst irgendwas. Okay, hätte ja sein können, dass du irgendwelche Nachteile gegen Magie oder sowas hast. Gut, dann könnt ihr jetzt auf alle Fälle versuchen, mal den Schläger in Anhalt zu gebieten. Äh, du hattest gerade eben die Parade gewürfelt. Nächste Kampfrunde, das Schwert von Abelmir brennt. Das hattest du in der ersten Aktion meinetwegen gemacht. Da habe ich ja gesagt, du kriegst am Boden. Regeltechnisch war das zumindest nicht so. Dementsprechend kannst du dich da auch oben haben. Äh, ja, nächste Kampfrunde. Du wirst angegriffen. Ich mache einfach mal Torgosch zwei und Abelmir zwei. Gut, ich... Alle Treffen... Ja, ich greife einmal an und parier einmal. Ich greife auch einmal an und parier einmal. Gut, Parade gedungen. Schon wiedergekommen. Misslungen. Mal eine Parade. Achso, das war die Parade. Auch die ist Misslungen und dann sehen wir das auch Misslungen. Dann kriege ich jetzt vier durch. Beziehungsweise die Parade, die können wir den ersten streichen. Dann sind das zwei plus drei sind einmal fünf für Torgosch. Kannst Rüstung abziehen. Einmal drei TP und einmal vier TP für Abelmir. Wo kriege ich die denn? Mal eine Parade. Und dann bin ich los.